Es geht weiter mit Part Nummer 2. Ähm, entschuldigt mich, dass die Aufgabe jetzt schon unten dort steht, aber ich hab vor uns mal gerade was getestet mit den Personen, die hier oben standen und ja, da bin ich auszusehen dort reingeraten. Ja, jedenfalls wollen wir zur Kirche. Mach ich doch mal zur Kirche. Jetzt wollen wir daran, wo ich mich wirklich noch gewöhnen. Dass man jetzt mit A dashed und nicht mit RT mehr. Vater, ich werde dich nicht verletzen. James? Das ist ziemlich eine Geschichte, aber ich weiß nicht warum du zu mir gekommen bist. Ich kam zu dir, weil du Dinge kennst, Vater. Du hörst Dinge. Ich kam zu dir, weil ich brauchst du dir. Ja, ich hörst viele Dinge. Die meisten sind schlecht. Die Infection. Ich habe einfach alle weggebracht. Ich versuchte, ich... Ich habe alles gemacht. Aber dann gab es Blackwatch. Was haben sie gemacht? Ich habe sie gemacht. Ich habe sie gemacht. Ich habe sie in den Kampen. Ich habe sie in den Kampen mit den Monsteren. Ich habe sie mit alten Freunde. Ich habe sie versucht, zu holen sie weg. Aber sie haben uns gebetet. Und du nicht mit Blackwatch verletzt. Ich werde froh, dass du falsch bist. Das nenne ich Optimismus. Was zur Hölle war das? Jetzt sehe ich was? Das ist nicht lustig. Warum ist alles flaschen? Oh Mann, was passiert mit mir jetzt? Scheiße. Das ist der Typ, den ich schaue. Ich habe... Viral Sonar. Jetzt stelle ich mich grad wieder dummer an als ich bin. Ach so geht das. Oh, bin ich blöd. Ja gut. Entschuldigt meine Dummheit. Habt ihr zu wenig was zum Lachen? Und in der Mitte geht ein Rückimpuls. Das ist so eine Art EMP. Ja, gut. So geht's. Sieht ganz gut aus. Ich sehe ihn wie ein Necromorfer. Sieht aus wie ein Necromorfer, ne? Nein, das kann ich noch nicht. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Nein, noch nicht. Was ist auf deinem Kopf, Reilly? Das ist Dr. Koenig. All diese Zippe, die er gezeigt hat, Heller. Es war unprofessionell. Und ein bisschen schrecklich. Das ist nicht das Thema. Wir diskutieren vor dem Mann. William! Was machst du im Kommand Center? Geh' zurück! Warte! König? Ja, das ist der alten Gentech-Gentech-Ger, der auf mich gemacht hat. Ich will ihn später. Der ist nicht schlimm. Okay. Das ist Rattler. Das ist Rattler. Das ist Rattler. Das ist schon mal. Händen sie den Alarm? Okay. Okay, begeben sie sich zum Krankenhaus Parkplatz. Copy that. Keep your eyes peeled. Some psycho running around. This might work better if I could see you a little further. Okay. Da oben hin. Ich weiß schon, Luft sprint. Muss mich auch noch dran gewöhnen. Das ist nämlich ne ganz schöne Umstellung von Prototype 1 oder 2. Hier die Tonne. Ja, friss. Wenn sie beim Jagen die Kamer in verschiedene Richtungen drehen, können sie ausmachen, wo sie jetzt hier befindet. Von da drüben kommt's. Beachten sie, dass der Rückimpuls von rechts kommt. Ich seh's. Mal. Ach, von da drinnen. Ich bin jetzt einer von Blackwater. Ich hab keine Ahnung, warum das funktioniert. Aber verdammt, es funktioniert. Kommt Leute, lass uns loswerden. Was wie Stealth-Consum hab ich leider noch nicht drauf scheinbar. Ops, meins hier. Meins. Okay. Colonel Rooks. Das ist das Bucker, der hat mich gebeten, in der Lande. Well. Let's see if I can find him. Guess not. Still got no clue how this thing works. Oh, shit. Helis. Die werden nervig. Locksmith, this is Catapult 2-4. Engaging hostile on bridge. Okay, Alarm beenden. Das hat jetzt nichts gebracht. Oh, egal. Ich habe mich nicht gecido, was ich erneut. Wobei Ich fange gerade nicht mit mir hoch. Messia-Mission freigeschaltet. Operation Flytrap. Mach ich die doch gleich mal. Und? 4.000 EP. Ja, das gibt's neuerdings auch. und zwar im zweiten Teil gibt es so eine Art Level-System. Ach scheiße. Im zweiten Teil gibt es so eine Art Level-System. Wenn man genug Punkt hat, steigt man Level auf und kann halt eben irgendwas verbessern. Und da kommen wir ja später noch zu. Da oben. Huiiii. Was machst du denn hier? Ich wollte schon immer mal eine Frau sein. So. Okay, Operatoren Flytrap. Pater Gurira hat Murcers Geschichte bestätigt. Die Blackwatch und Jentec richten mehr Schaden an als sie helfen. Vater, ich muss einen Colonel Rooks finden. Er ist derjenige, der mich in diesem Lab töten. Hi. James, Colonel Rooks ist der Head Blackwatch-Kommander in NYC. Das ist viel größer als uns. Hör auf diese Blackwatch-Message, die ich gerade unterrichtete. Dotton Mouth 4-1, das ist Cotton Mouth. Du gehst zum Test-Site Washington. Bereit für Kontroll-Release. Over. Freilassung? Du hörst das, James? Die Spezimen, sie sind die Monster. Und die Test-Site sind die Stadtparken. Das ist was Blackwatch in der Yellow-Zone macht. Du sie nicht stoppen. Vater, ich werde sie stoppen. Und ich werde Rooks finden. Mit oder ohne deine Hilfe. Okay, Testanlage Washington. Aber es sieht richtig geil aus mit dem Regen, oder? Also, ich finde es gut. So, Rookhurst. Wenn man das ausspricht. Hallo? Ich mache mir mal das Testen. Ich mache mir ein Gewinnstellen. Und. Genau das gleiche, was er auch in dem Trailer. So, da hatten wir 10 Dinge, worum man... Oh, da unten ist ja. 10 Dinge, worum man Prototype kaufen sollte. Okay. Ja, ich werde deinen Brawler hier frei lassen. Mein Gott, wie selbstsüchtig sind die denn? Ausweichen! Hey! Okay, den Arsch muss ich ihn also töten. Oh mein Gott! Komm her! 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 Dummer Arsch! Jetzt weicht doch nicht immer aus! Oh! 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 Und drüber! Das Ausschweichsystem finde ich jetzt richtig geil. Und konsumieren, um seine Clown zu halten. Oh mein Gott, es ist weg! Das Spezimen ist weg! Dann ist weg! Hör an! Na? Jetzt sprechen wir. Oh ja, Freunde, jetzt geht's ab, ey! Wo ist der Brawler? Oh! Oh! Drüber schwingen! Hey! Du Arsch! Das ist mein Ange-predigtet! Hier wird er das aber nicht bringt! Au! Ah, fuck! Der Ange-hung hat wirklich echt viel geschwächt! Ach so macht man den Clown-Punk! und Kopf ab Bonus 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 Ziele geben wir PS ja halten sie und X gedrückt halten um das zu machen hell fucking yeah ja ja da staunst du was Gäste wir können dich das sah mal wieder richtig super aus und Raketenwärmer ich brauche den hier mal ja ja ein richtig schöner Kontoom-Move sorry my bad Miko 1 get your victors in position and engage Tango primary roger that cottonmouth moving to engage over B B im Raketenwerfer die Fahrzeuge kann ich noch nicht also brauche ich den hier B anzielen und X die kennen wir ja noch Baum down und wenn sie den Alarm ich gehe zur Kirche ähm ja ich verzeuge ihn schon sorry das tut mir jetzt leid ich brauche mal viel Energie hier ja danke du da ey du da ey ein Negrille ja ey mit deiner Cap siehs cool aus so dich werde ich auch schon behalten jetzt gehen wir erstmal zur Kirche manchmal kann ich das eigentlich auch machen das tut mir jetzt leid egal aber du kannst du im Park ja und du sieh ich du ich du 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 Vater, bist du okay? Follow me. Wir haben viel zu tun. Es gibt 10,000 Blackwatch-Troops in NYZ. Und wer weiß, was Gentech macht in den Laboratorien? Wir müssen sie runter. So, du glaubst ihn? Ich weiß nicht, aber ich kann dir das, James. Wenn Alex Mercer will, alle letzten von diesen Blackwatch-Troops und Gentech-Troops... ...dann ich mit ihm. Was für Gott? Er okay mit dem? Du lass mich ihn. Yeah, abgeschlossen. Gibt CP? Oh ja, jetzt! Und zwar kann ich jetzt aufwerten. Ich hab einen Verbesserungspunkt übrig. Was kann ich denn? Bewegung. 4% Sprung um 50. Oh, gut. Gesundheit. Regeneration. Regeneration heißt, der wird sich außerhalb des Kampfes bis zu 50% regenerieren. Formwandeln. Ich finde am besten ist es, wenn man mit Gesundheit anfängt. Der Pater ist ja ein echter Gangster. Okay. Nein. Ich will mal den Blick davon ablenken, denn jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, diesen Part auch zu beenden, ne? Und im nächsten Part begeben wir uns dann zu dem Blacknet-Terminal und schauen mal, was es dort wiederum zu tun gibt. Richtig schön, dass wir die Krallen haben. Sieht doch richtig stylisch aus. Vor allem dieser Sprungangriff hier. Egal, nicht, dass ich noch Scheiße baue. Umstecken. Irgendwie kann ich die noch nicht von alleine jetzt runterfahren. Wenn ich hier hinauf drücke, geht es leider nicht. Schade. Ist jetzt aber unten nicht so wichtig. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Bis dann.